Game Keys und Game Cards MMOGA Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen Servus und danke dass du wieder eingeschaltet hast bei mir Praxica 2511 mit FIFA Ultimate 13 Pack Openings Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin, ich wollte zum Team der Woche Was leider nur 3 Goldspieler beinhaltet Der Beste ist hier wohl Dani, ansonsten Torwart, den man kaum aussprechen kann Oder ein Mittelfeldspieler, der dem Torwart nicht nachsteht Fangen wir direkt an Benzema, ihr seht ich habe mein Konto aufgestockt Für 10 Euro habe ich mir ein paar Münzen geholt In der Hoffnung, dass ich euch beglücken kann Los geht's Mikel War der Erste Leider nicht allzu tolle Manager Modifikation Der Aspekt hat mich jetzt noch nicht so begeistert Erstmal den Verein hinzufügen Und es geht direkt weiter Eher Quep als sonst was Leider nicht allzu viel Das Chelsea Trikot Kann man vielleicht Verkaufen Ansonsten Auch hier Nicht wirklich viel Können wir hier nur 169 verballern So lange wir nicht spielen Brauchen wir davon eh nicht allzu viel Und diese Speck bringt uns Der Pierre Ja Wenigstens ein Seltener Goldspieler Bringt uns ein paar Erfahrungspunkte Aber Das macht er auch nicht wirklich Viel im Moment Das können wir auch listen Und alles andere Können wir denke ich getrost So abschließen Die Kasse klingelt Kaum schon Messi Muss uns doch jetzt einfach mal ein bisschen Glück bringen Und wird schon Second World Spieler bekommen Und da ist die Verbindung zu den Servern Abgeschmiert Ich hoffe das Pack Das Haben die Herren uns jetzt noch gut geschrieben Das Gucken wir doch jetzt ganz schnell mal nach Ach da ist es ja noch Wie sagt Richardson Der Trainer Der Trainer Der Trainer Das liste ich einfach mal keine Ahnung ob sich sowas verkauft Und Und ansonsten Wieder ein Spieler Der Trainer Den ihr bekommen könnt Wenn ihr ihn haben wollt Ab in die Kommentare damit Und denkt dran Dann Ihr müsst Mich Wohl oder übel Ob es euch passt oder nicht Dafür abonnieren Die Dinger Die Dinger Die Gehen wir mal ihm zu In den Verkauf Die in der Woche Schellig Ich werde jetzt noch 3 Packs Ungefähr Öffnen Ich hoffe das Für Wix noch was anständiges zu tun Wellback Die Selten neue Spieler Einer der Schnellsten Bei Manchester Jetzt habe ich ja schon 4 Minuten Rune Ich habe den Ich wollte gerade sagen Sturm von Manchester zusammen Aber Von Percy Ist ja Doch Wohl Das spielt bei Manchester Ich habe gerade einen kleinen Trier drin Nein Jetzt kann ich Ok Wenn ich den nicht schlisten kann Dann verkaufe ich den So Den könnt ihr auch haben Wenn ihr den wollt Ihr wisst was ihr zu tun habt Und fein speichern Und alles andere Nein Alles andere wird Sofort Danke auf Schauen wir mal rein Es geht Schlag auf Schlag Uuuuut Mecken Na Mike Con Viel mehr von AS Rom Superschneller Typ Schweige Es ist gar nicht Auch hier viel Wie immer Kommentare und Abo Und ihr seid dabei Ich weiß gar nicht die Verträge Möchte verkaufen Ja Die kommen auf den Nicht auf den Tauschstapel Sondern In die Börse So dass wir noch ein paar Münzen Dazu kriegen können Alles andere wird Schnell verlinkt Schnell verlinkt Und zwei Packs können wir noch Sind wir bei 800.000 Elana Das sagt mir überhaupt nichts Das sagt mir überhaupt nichts Das sagt mir überhaupt nichts Und jetzt weiß ich auch Verruhig Sieht ein bisschen aus wie Klitschko Gastrikot Können wir aktivieren Da war Barcelona und Paris Wieder alle Verletzungen Können wir schön listen Zack Zack Alle anderen Können wir getrost Verschachern So Was denn wieder mit dem Server So war das nicht geplant So Dann schauen wir doch mal rein Was uns das letzte Pack jetzt bringen kann Los geht's Das letzte Pack bringt uns Gabi Süß weg Das letzte Pack bringt uns Gabi Die Gabi Ein schnellen Norweger Der Oder habt ihr selber Teams Den könnt ihr den Jungenherren bekommen Dann wird jetzt im Team gespeichert Und dann Könnt ihr gucken Linker Außenverteidiger Musiklisten Will ich nicht so verkaufen Ja Und alles andere wird So verkauft Das war's dann auch schon wieder Es gab leider Nicht so tolle Packs Ich hoffe ab morgen Gibt's neue Team of the Week Mal abwarten Danke fürs Zuschauen Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen Und Wir sehen uns im nächsten Video Herr Proxy